In den Tagen vor Weihnachten ist sein Job für die Bewohner der nordfriesischen Halligen besonders wichtig. Fiedenissen ist nämlich Postschiffer. Seit Jahrzehnten holt der Mann mit dem Rauschebad Briefe, Päckchen und Pakete für die vier Halligen Langeness, Oland, Gröde und Habel vom Festland. Da es auf den kleinen Inseln keine Geschäfte gibt, bestellen die Familien seit Jahrzehnten ihre Geschenke bei Versandhäusern. Ist das Meer für sein Postschiff an manchen Wintertagen zu gefährlich, dann tuckert Fiedenissen mit einem kleinen Eisenbahnwagon 10 Kilometer quer durch die Nordsee. Die Weihnachtspost soll ja schließlich bei jedem Wetter pünktlich zum Fest ankommen.